So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video und mal wieder absoluter Schock, der uns in der Winterzeit, jetzt hier langsam Herbst, wird es ja auch schon ein bisschen kühler, garantiert begleiten wird. Die Preise für Gas sind extrem, mir fehlen die Worte, extrem gestiegen. Innerhalb eines Jahres wird hier von 450% Steigerung gesprochen. So heißt es nämlich in einem Artikel von der Bild, zwischen September 2020 und September 2021 stieg der Einkaufspreis pro Megawattstunde von 7,99 Euro auf 44,03 Euro. 450% in nur einem Jahr, die die Versorger jetzt an die Kunden weitergeben. Sorry, und das ist ja immer wieder ganz klar, der Hersteller bzw. dieser Vermittler jetzt an dieser Stelle hat natürlich irgendwo seine Marge, die er erzielen muss. Und wenn eine Preiserhöhung kommt, die gibt er ja einfach an den Kunden weiter. Das sehen wir ja bei zahlreichen Sachen einfach. Und das wird hier im Herbst und jetzt im Winter eine ganz, ganz heftige Nummer. So wird hier von gesprochen, wenn man 20.000 Kilowattstunden in so einem Musterhaushalt hat, geht es um durchschnittlich 172 Euro, die pro Jahr mehr anfallen. Und da fragt man sich ernsthaft, wo soll das noch enden? Und ich berichte seit Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres schon darüber, bezüglich der CO2-Steuer. Wir haben deutlich höhere Kosten durch die CO2-Steuer. Ganz klar, wir sehen das beim Sprit. Wir sehen das beim Einkaufen. Klar, die Inflation hängt dann mit natürlich auch dazu. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich dessen getrieben, dass wir hier, wie viel waren es? 25 Euro CO2-Steuer pro Tonne CO2 einfach haben. Und dementsprechend, die wird sich ja über die nächsten Jahre weiterhin erhöhen. Bis 2025 auf 55 Euro, wenn ich den Betrag richtig im Kopf habe, je Tonne. Und im nächsten Jahr sind es schon wieder 5 Euro mehr, sprich 30 Euro pro Tonne CO2. Und klar, das kommt jetzt auch auf die Heizung drauf. So heißt es dann nämlich hier, Zitat, der Gaspreis für Verbraucher sei nicht zuletzt wegen der zu Beginn dieses Jahres eingeführten CO2-Steuer geklettert. Experten erklärten in Check24 und Verifox. Sie steigt von derzeit 25 Euro pro Tonne CO2 auf 30 Euro im nächsten Jahr und 2025 und bis 2025 auf 55 Euro pro Tonne. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Also wir sehen, alles wird teurer. Es wird deutlich schwerer, sich hier in diesem Land noch irgendwie auch für die Zukunft ein bisschen was zurückzulegen. Weil worauf läuft es hinaus? Das läuft darauf hinaus, man wird weniger konsumieren und man wird deutlich weniger Sparleistungen sehen. So dass man sagt, ja, ich habe jetzt hier monatlich 50, 100, 200 Euro, je nachdem, in welchen Verhältnissen man lebt, zur Verfügung gehabt. Habt ihr in Krypto, Edelmetalle oder auch sonstige Anlagen oder einfach nur unter das Kopfkissen gesteckt, um zu hoffen, dass man in 20, 30 Jahren, wenn man in die Rente geht, da ein bisschen mehr hat oder halt noch diese Euro-Scheine hat, wenn sie unterm Kopfkissen nicht verloren gegangen sind. Aber das wird nicht mehr in diesem Ausmaß möglich sein. Und das ist eine ganz, ganz negative Entwicklung, die wird irgendwann hochkommen. Die wird hochkommen, wenn diese Leute in die Rente gehen sollen und wir alle noch mehr Abgaben leisten müssen. Darauf läuft es hinaus. Schreibt eure Meinung unten rein. Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.